was geht ab und herzlich willkommen hier zu einem neuen video wir öffnen Kässe Nummer 9 und herzlich willkommen wieder mal Call of Duty ich bin riesen Fan aktuell spiele ich dieses game richtig richtig oft und deswegen muss es eigentlich auch in den Kalender und ja ich würde es trotzdem freuen falls das Video gefällt dass ihr gerne ein Abo da lasst ein Läumchen rum vor allem schaut auch gerne auf den Social Media Channels vorbei Instagram und TikTok sind alle unten verlinkt und oben rechts habt ihr auch den ganzen neuen Kalender wir werden eine kleine Änderung machen und zwar werden wir in Team Deathmatch aber wir werden Team Deathmatch spielen und nur neun Gegner weil ich letztens auch fand das war einfach viel zu Hardcore und deswegen werden wir heute zu neun spielen also wir gegen neun und wieder natürlich mit freier Waffen mal vielleicht können wir noch bekommen wir noch mal X-Kali-Punkern Standard und hier haben wir Wanderlust ich bin sehr gespannt welche war um coole Waffe sehr sehr transparent muss man sagen oh die ist super perfekt da können wir gleich mal am Anfang durchgehen wir haben eine kleine Granate schießen das geht ja gleich mal wissen wir sind auch hier Zack Granatchen und wir gehen auf die andere Seite jetzt geht's um oh mein Gott ja 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 perfekt perfekt und der erste Tod ist da ähm und natürlich oh das ist der Ball ähm das Ziel sind oh mein Gott fuck das war scheiße das Ziel sind natürlich heute die 200 zu schaffen ah wenn man nicht so knapp steht kann man sie einfach in Vorbeigenung bringen ah ja genau oder so leider das ist mega das ist super das ist echt gut perfekt wir haben schon die ersten zwei Killstreaks das wird Hardcore ja das war mir klar wenn einer mit der Pumpgun kommt ist es einfach vorbei da kannst du nix machen oh mein Gott alter die Waffe ist ja richtig ok perfekt oh mein Gott wieder die gleiche Waffe hä das macht gar keinen Sinn man oh ok zweimal die Killstreaks Gold das ist mega so schauen wir gleich mal wo die hingeht oh ja auf jeden Fall zu uns da werden sich auch gleich die meisten versammeln so zwei sind tot oh ok wir haben schon mal 20 für die ersten eine Minute ist das gar nicht so schlimm aber wo sind die Gegner ah hier are you looking for my are you looking for my heart so oh nein so damit der ja wieder einer perfekt ja ich hab keine Waffe mehr die geben wir einfach nix mehr die Modi ist leer oh mein Gott er nimmt das ganze viel zu eins mit seiner mit seiner Gasmaske wir probieren noch zusätzlich den Survival Mode ich möchte nicht sterben obwohl wir auch nicht stehen bleiben dürfen ja da geben sie dir ne Pumpgun Mann ne Pumpgun nein die will ich nicht Assistant Abschluss ok oh nein ok im vorbeigehen hat er mir mit dem Snap und den Headshot gegeben das muss man mal schaffen also das muss man echt mal schaffen wir gehen immer in die Mitte weil da bekommst du denke ich mal die meisten Kills nein du holst nicht meine Drone und oh mein Gott alter und jetzt gibt doch um mal die Kills drückt oben schaut euch mal an oh mein Gott ok ich glaube da brauchen wir heute da brauchen wir nix mehr oh die Waffe ist aber echt nicht schön zu spielen oh lol hä da war die Munition schon leer halt ihr hört ihr den Controller das ist oh mein Gott ah ja so ne Pumpgun wieder mal aber das läuft heute richtig oh mein Gott halleluja das hat kaum oh 47 gerade mal also wir müssen da richtig reinschwitzen oh mein Gott ok wir machen wieder unseren altbewährten Trick wenn wir mal in unser Loch dürften ich möchte mir einfach mal ich gehe kurz nein das ist die falsche das ist meins geh weg ok wir werden mal eine andere Waffe perfekt ja Mann was soll ich machen die verstecken sich da hinten das ist so unfair was soll ich denn da machen dieser kleine Hurensohn Mann na genau die Scheißpistole die könnte ich gleich nicht wieder ach Mann nicht wieder von hinten wir haben gar nicht mal 50 Kills das ist echt nicht gut den nehme ich auch hin ah das ist viel zu ernst wirklich natürlich da ist sicher auch noch irgendwo jemand ja was denn sonst ja immerhin habe ich drei Freunde von ihm abgeschlachtet ja perfekt die Sonne da nur reinkommen perfekt ich habe noch keinen Pistelschuss verbracht kommt nur ich habe einen Backerkannt ich habe einen Backerkannt Alter wie weit er mit der Hand ausgehen kann das ist mega das ist richtig gut okay ich glaube jetzt haben sie den Backerkannt wieder mal bearbeitet Mann Alter wenn ich die Waffe ist echt scheiße ja wieder dieses kleine Drecksmesser ja und wieder so ein kleiner Hurensohn Mann das ist einfach nicht mal wobei was ärgere ich mich dann oh Mann oh Mann oh Mann wir gehen hier mal ran ja genau dann sterbe ich von meiner eigenen Bombe Mann ich bin perfekt wir gehen hier mal ran so komm schon perfekt kann ich mal nachladen oder geht das nicht doch das geht muss ich dazu noch was sagen schaut euch diese verfickte Waffe mal an ja cool jetzt sind wir der Schwerkämpfer einen haben wir mitgenommen der Rest ist Geschichte geh auf die Seite mal das ist mein Loch da dreht er um in einer unmenschlichen ja 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 komm 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 wir brauchen viel mehr Kills immer diese scheiß Pumpen die ruiniert das ganze Game und wieder die Pump ja so eine scheiß Drahtschlusser ich meine was soll ich denn da machen damit Alter wenn ich die 150 noch schaffe ist das echt Gold wert die ist mega die ist echt mega da muss ich nicht lang nachladen so weg mit dir komm schon komm 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 wer will das nächstes die sich hier durchschleichen ach die darf man gar nicht nachladen zu wenig Schuss sind das ich hab noch 46 fuck ja wechseln na wechseln wechseln 125 das sollten wir noch schaffen da geben sie mir so eine scheiß Waffe die du kein Mensch kann die benutzen obwohl wir spawnen wieder an unserem Platz das ist super du weißt genau du weißt genau dass ich hier oh vierfache Abschuss okay nein nein kommt nur kommt nur kommt nur kommt nur rein ich hab schöne Gaben für euch fuck man 20 kills in einer Minute wie soll ich das schaffen man alter die 100 die 200 sind soo heute unschaffbar weil die Gegner einfach auf Abfahrt aus sind das ist mega gut gewesen ja und dann kommt so ein Huhn so ein 7 kills in einer Minute wird knapp wird echt knapp oh Slashheimer gehen wir mal durch ja ja fuck 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 40 Sekunden 4 kills oh ja jetzt kommt Excalibur Action wo sind die Gegner wo sind die Gegner wo sind die Gegner nein ein Kill nur mit Excalibur und drei noch mit dir zwei eins nein fuck noch zwei fuck noch zwei wir müssen noch genau wie soll ich mit den Dreckern irgendwas killen wie soll ich mit den Dreckern irgendwas killen man man ein Kill noch in 20 Sekunden fuck fast haben wir jetzt alles was wir jetzt noch mitnehmen ja ein Kill perfekt ist einer mehr wie letzte Woche zwei drei vier und tot ja ich glaub das war's für 154 kills ist es okay also ich hätte mir echt mehr gewünschen aber ich glaub da war einfach heute zu wenig Energie drin Leute also mir tut's wirklich leid lasst gerne ein Abo da schaut gerne finster und klickt auf eure Links in alle unten in Beschreibung aber da war heute einfach viel zu wenig Power drin ich meine die Killstreaks waren okay aber ich hab die nicht genutzt aber ja was soll ich sagen schaut gern später nochmal vorbei nein vorhin kam schon mal ein cooles Video es war Battlefield also heute ein ganzer War-Tag schaut da gern vorbei 154 kills 30 Tode ist nicht mehr so schlimm wobei der übelste von den Gegnern hatte auch nur 24 Kills äh Tode ähm und 10 Mal hat mich George gekillt also da müssen wir noch ein bisschen üben dran aber das ist okay ich mein schön aufgeteilt jeder hat 2-3 Kills George hat 10 lasst gern ein Abo da schaut gern später schaut euch das andere Video auch gern an und Moran kommt natürlich Kästern Nummer 10 und natürlich ähm eine Reaction schaut da gern vorbei abonniert den Channel bis zum nächsten Mal und ciao